tach und herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal kommt rein in unseren showroom machen wir wieder tür zu weil es so windig ist in diesem video möchte ich euch zeigen was wir alles gekriegt haben wir haben ganz viele neue autos gekriegt die erste ladung ist jetzt angekommen die nächsten folgen in den nächsten tagen und wochen deswegen ganz kurzen überblick megamodelle neue autos facelifts geile ausstattungen wir fangen an jeep grand cherokee l limited das heißt das ist der grand cherokee 2022 baujahr in der l-version und dann von der ausstattung 1a es kommen auch zu allen autos noch einzelne detailliertere videos aber das ist das neue modell wenn ruhig ganz ruhig mal rein filmen was man so sieht sieht schon geil das voll digitales kombi instrument die sitzbank einklappbar kofferraum kurzfassung dann geht es weiter chrysler pazifika das neue modell neues facelift ab 2022 ihr kennt die alten videos zu den pazifikas das ist jetzt das neue kommen wir einmal nach vorne also von vorne komplett neue front also was heißt komplett neu aber halt facelift sieht moderne aus hinten genauso hinten hat er im gegensatz zu dem alten modell jetzt so eine du so ein durchgehendes leuchtband was die mittlerweile fast alle haben das heißt hier die rückleuchte ist ein stück innen ist sie sind die eigentlich so geblieben wie die alten zeige ich euch aber detailliert nochmal dann challenger wir haben jetzt schon zwei oder drei stück gekriegt es kommen noch weitere challenger sind alles v8 glaube v6 kommt nicht klar der nickt bestätigt bestätigt meine frage ich meine alles v8 unterschiedliche farben wir haben im moment zwei schwarze gekriegt einen in diesem es ist nicht braun es ist nicht orange die farbe heißt irgendwie cinnamon irgendwas müsste ich genau nachgucken aber geile farbe passt mega zum auto der ist neu reingekommen ist ein 21er baujahr 5 7er hemi der ist neu reingekommen der schwarze challenger und dann atlas haben wir auch noch also vw atlas ist ja die ich sag mal der große suv von vw den es nur für den amerikanischen markt gibt ich weiß den gibt es auch als vw terramont für den asiatischen markt aber in amerika ist es der atlas sieben sitzplätze hat auch erst hat keine 10.000 meilen gelaufen einmal rein auch da zeige ich euch noch mal was ausführlicheres zu und dann highlight wir haben endlich den ersten bronco es gibt ja den bronco sport den man offiziell in deutschland kaufen kann und dann gibt es den normalen bronco den man stand jetzt nicht offiziell in deutschland kaufen kann hier ist der erste der gekommen ist sofort verfügbar dass jetzt ein neuwagen die broncos gibt es einen unterschiedlichen ausstattungsvarianten ausstattungslinien das ist jetzt einer von der ausstattung eher etwas tiefere ausstattungslinien also wir kriegen aber noch weitere mit wesentlich mehr ausstattung aber ist ein absolut geiles auto zeige ich euch stelle ich euch auch noch mal in ruhe vor ich will euch nur ein detail zeigen was ich persönlich sehr geil finde komm mal rum und jetzt füllen gleich mal auf das display wenn ich jetzt die tür aufmache immer näher ran auf das kleine da in dem lenkrad das andere das da pass auf da kommt so ein mega geiler animierter film das ist schon geil ne innausstattung wie gesagt ist auch bei dem relativ base gehalten aber neuwagen allrad wie ich bin gespannt wie geländegängig der ist und der hat einen film noch mal auf den schaltknauf von oben zeige ich euch aber in dem detail video noch mal unter dem rückwärtsgang könnt ihr sehen dass der ein c hat das ist ein sogenannter crawl gang das heißt vom crawl krabbeln das heißt mit dem gang kannst du wenn du den rein macht ist wie ein erster gang der ganz anders übersetzt ist mit dem kannst du halt einen berg hoch krabbeln mit ein zwei drei kmh ohne dass du permanent kuppeln muss und ohne dass er absäuft wir haben das getestet hier bei uns draußen im ersten gang ist er abgesoffen und in dem crawl gang ist er dafür ist er doch konzipiert ist er natürlich nicht abgesoffen kurzfassung zum bronco ansonsten unten weitere pazifikas weitere challenger und es kommen noch ganz weitere autos kommen noch in grenz chiroki ich habe die liste gar nicht im kopf was kommt noch eine corvette c8 kommt noch also wir haben noch on mass und es gibt noch ganz viel input von uns deswegen lasst gerne like und abo da bleibt dran bis zum nächsten mal danke ciao